Dass die Kommunikation eine Frage des besten Eindrucks und eine Frage der Etikett ist, beweist Hammerer täglich in seinen drei Produktionsschwerpunkten. Etiketten für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, Werbedrucksorten sowie Bücher- und Ausstellungskataloge. Egal ob Auftragsdruck oder eigene Verlags- und Agenturprojekte, alle drei Produktschienen haben eines gemeinsam. Nur höchste Qualität setzt sich am Markt durch. Kontinuierliches Qualitätsmanagement ist daher unabdingbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017